Der letzte Versuch, nicht sauer auf mich zu sein. Ich bin reingekommen, während du bewusstlos warst und dann hat Caroline uns eingesperrt. Das war die einzige Möglichkeit. Lass mich hier raus! Caroline! Ich weiß, das ist vielleicht ein wenig extrem, aber die Minischrittmethode funktioniert wohl nicht. Hey, deshalb darfst du auf keinen Fall sauer auf mich werden. Denn wenn du sauer wirst, wirst du ängstlich und gewalttätig. Dann reißt du Leuten den Kopf ab. Aber mit meiner Hilfe wird das wieder. Caroline! Hol mich hier raus, bevor ich dir was antue! Darum geht's doch, Stefan. Du musst den Auslöser deiner Ängste überwinden, okay? Denn sonst wirst du mich umbringen. Du riskierst dein Leben. Ich sterbe doch schon, du Idiot. Du wolltest, dass ich weiterlebe. Jetzt bin ich dran, dir zu helfen. Ich muss hier raus, bitte. Du bist Stefan Salvatore. Schluck's runter.